Hey und willkommen zu einer weiteren Runde GTA Online heute zusammen mit Maudado, Zombay und der Spalette. Bewerte den Part und wie immer viel Spaß. Was machst du da? Ey. Komm da zu mir Maudado. Schalte das Ziel aus. Au, schalte das Ziel aus. Du bist das Ziel. Jetzt du bist das Ziel. Nein, 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 nein. Oh, ja, ja. Ja, oh mein Gott. Ich hab dich grad so geroastet. Nein, mir geht's richtig saftig, cremig. Ja, was machst du jetzt? Oh, er flieht. Ich bring dich um. Ich bring dich um. Oh, oh. Ey, nein, Maudado. Überlegst du. Hilfe, Palette. Komm her. Geh auf den Ekling. Komm her. Auf den Ekling, okay. Ja, ich treff dich so gut. Ja, tust du echt. Aber es bringt mir nichts. Ich verliere die Kontrolle. Mein Brotor ist grad einmal ausgefallen. Was war das für ein... Palette, schnell, mach ihn fertig, bitte. Ja, Palette, bitte. Ich zahl alles. Komm her, Mann. Trau dich doch. Ja, ich trau mich. Komm, du doch her. Ja, dann... Ich komm doch. Ich versuch's doch. Aber meine Mutter fällt immer wieder aus. Ja, wir sind nicht mehr die fittesten. Hallo? Hä, wie schnell bist du denn oben? Von wem der Motor fällt aus? Noch nicht im absoluten Rentner-Modus. Wenn der Rentner-Modus angeht, sag ich das. Loh, ich hab Palette. Oh mein Gott, Palette. Ähm, ich hab ein kleines Problem. Ja, ich hab ihn. Nee, ich lebe ja noch. Ich lebe ja noch. Wie wir dich fertig gemacht haben. Man hätte vielleicht den Fallschirm vorherziehen sollen. Und nicht erst ganz am Ende. E-Mano, was soll denn das? Ei. Nee, ich lass dich. Ich lass dich. Du hast fair gewonnen. Richtig fair war das. Warte, ich hab Probleme. Oh nein. Nein, nein, nein. Ey. Denn alles klar. Ich lass euch am Leben und ihr bringt euch selber um. Das ist wirklich einfach dreist von mir, Maudato. Ich dachte, wir werden BFFs. Er hat Paluten wegrasiert und hat umgekippt und explodiert. Hey. Geht's ja. Oh nein. Ich hab dir noch nichts getan. In die Klöße. Bam. Bam. Also, lang lebe ich nicht mehr, ne? Nee, ich war doch nur unter Freunden so ein bisschen. Ja, war nur unter Freunden, ne? Oh. Oh. Das war auch dieses Geräusch. Ja. Da ist er. Jetzt geh ich doch zu dem alten Mann. Gleich bin ich da. Gleich bin ich bei dir. Gleich bin ich da. Und jetzt. Oh. Das war ein perfektes Time. Ja. Ich hab erst gedacht, was ist das mit der Hexenmagie? Wir sind links steig. Ich hab nicht mal den Schluss geholt. Oh, Zom, ey. Mit einem Panzer. Hier hinter dir. Oh. Was ist das denn für ein schönes, schönes Auto? Sag mal zusammen, ey. Schönes Auto. Du hast nicht gestoppt. Ups. Das hat er nicht mit Absicht gemacht. Hey, wie? Hilfe. Dieser Goplin. Er klickt auf dir. Jetzt ist er in dir. Jetzt hat er das geschützt. Ich kann mich nicht wehren. Lass mich rein. Bitte. Nein. Warum? Es tut mir leid. Ich entschuldige mich. Tut dir gar nicht leid. Doch. Ehrlich. Hallo. Ich bin auch dabei. Nein. Hör auf. Ich war schon wieder fast down. What? Bitte steig sie ein. Oh, da darf man noch rein. Das ist ja nett. Hä? Wir können jetzt. Du kannst auch jetzt aus der Seite rausschießen. Ja, Tatsache. Wie steig ist das denn? Besonders, weil ihr einfach in meiner Garage. geparkt ist. Wohin gehen wir jetzt? In Urlaub. Achso. Ja. Da unten machen wir den Zerstörungen. Oh nein. Oh Mann. Hallo. Autokopter. Gleich habe ich es. Oh, das ist gut. Das ist eine Startrampe. Wie geil. Oh nein. Als ob du da drüber konntest. Zug. Aber bleib mal bitte kurz alle stehen. Bleib mal stehen bitte. Einmal stehen bitte. Nein, das ist der Zug. Einmal stehen bitte. Das ist der Zug. Ich will nicht zur Straße. Ich gehe nicht zur Straßenbahn. Okay, okay. Okay, wir bleiben stehen. Ja, ich stehe. Palette, lass mich mal bitte oben rein. Sonst sehe ich nichts. Ich habe eine eingeschränkte Kameraperspektive. Respektier die Aufnahme, Paluten. Los. Ich will ja nur was sehen. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Manu nicht hinten einsteigt. Nein, das will ich ja nicht. Hilfe. Ja, wie steige ich denn? Hilfe, immer dein. Geh doch nicht weg. Ins Feuer. Ich brenne. Warte, da seid ihr. Hier links. Kommt so ein komischer Paluten auf. Einmal aus dem Panzer raus. Hä, warum denn? Ja, ich sehe schon wieder anders aus. Was zur Hölle? Manu, jetzt auf mich. Das steige ich. Wie steige ich denn da ein? Dann sah mir doch wie. Jetzt mach doch ein. Geht doch. Hey, das ist doch nicht richtig, oder? Nee, doch, das mache ich nicht. Das weiß ich nicht. Das wusste nicht. Ja, er ist drin. Ja, er ist drin. Ach so. Okay. Gut, dann ab zum Zug. Mit dem Panzer auf der Zug. Da ist er. Das ist der Zug. Ich pallier ihn ab. Ich kriege den. Ich kriege den. Wir müssen hier rausfahren, ne? Ja. Oh, du kennst den Weg, ist das schön? Okay, warte. Wo können wir denn drauf springen? Vielleicht kommt bestimmt eine Rampe. Ja, vorne beim Zug, wo der Zug in den Tunnel fährt. Meint, die Palette sieht schon wieder anders aus? Du siehst wahrscheinlich anders aus, weil du vorne drin saßt. Ach so. Nee, du siehst immer gleich aus. Oh, oh. Oh, oh. Geh, schau mal auf den Zug. Ja, genau. Spring drauf. Erz. Oh, pass auf, Palette. Oh, oh. Pass auf, duck dich. Oh Gott. Da ist ein Stein. Geht's dir gut? Nein, warum ist da so ein riesiger... Oh. Bei mir ist alles... Aua, ich werd angeschossen. Ja, ja. Nach hinten. Wir schaffen's. Ja, perfekt. Als ob du bist... Ja, wir waren drauf. Wir sind die Besten, ne? Ja, fahr einfach drauf. Einfach. Ja. Oh, das geht halt echt. Ja. Genau. Und jetzt... Pass auf, sitz dich links? Ja, okay. Ich steig aus. Kann ich nicht. Das wird doch nichts. Oh, nö. Ich darf nicht aussteigen. Oh, jetzt. Ich mach das. Oh, nein. Da kam noch wer hinten. Ja, ja. Bin drauf. Ich stopp ihn. Ah. Nein, wir sind platzend. Wir doch. Nein, nein, das ist ein Panzer. Bitte nicht. Oh. Oh. Oh, ja. Oh, fast. Schade. Geh drauf. Ich geb noch Gas. Ja, als ob. Als ob. Ja, nein, nein. Oh, ja. Oh. Wenn wir jetzt aussteigen, sind wir wieder unten. Oh, schön. Hallo, Palete. Komm her. Kannst du noch rein? Ja, das will ich probieren. Okay, dann bewege ich mich nicht. Ah, Palete. Ilias und... Wow. Danke, Zombie. Toll. Das ist wieder der Klassiker. Okay, dann will ich nicht mehr beim Panzer sein. Oh. Hä? Hä? Warum? Okay, ich steig dann auch aus. Ich steig mal aus, ja. Ich schaff das ganz bestimmt. Ja, hast du, hast du. Ich hab's. Ja. Nein. Ich fall auch hin. Zombie, nein. Der Panzer. Hast du, hast du, hast du. Ich hab's. Weg hier. Ich bin grad in ein Auto eingestiegen und ich bin in die Person eingestiegen. Oh. Also... Von der Skala von 1 bis 10, wie lustig ist, wenn ich uns jetzt hier beide runterschieß. Wen? Ich wusste es. Ich wusste es. Ich sterb einfach nur und du bringst mich einfach immer um. Palete hat gesagt, das wäre mega lustig. Ja, aber der hat keine Ahnung, was ist lustig. Der Choke ist ultra schief gegangen, Palete. Der Choke ist ultra schief gegangen. Was mach ich jetzt? Da kommst du auch nicht mehr raus, ne? Paluten. Ne, ich hab damit nix zu tun. Palete hat ja auch gar nicht dazu geraten. Er hat gesagt, das ist überhaupt nicht witzig. Scheiße. So, hallo, ich hab nicht schießen mit Explosionen, bitte. Nein, bitte nicht. So, und jetzt versuche ich, um draufzukommen. Seid ihr bereit, ne halbe Stunde zu warten? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So, meint ihr, das geht hier? Ja, ne? Mit zwei Km geht das ganz bestimmt. Und jetzt. Ich schaffe es. Ich seh's vor meinem geistigen Auge. Wow. Ja, fast. Ich komm jetzt nochmal. Irgendwo hier gibt's bestimmt einen geilen Huggel-Juggel. Hier. Ja, da, oh, da seh ich mich. Nein. Ey, nehm mir doch nicht alles, was ich... Ihr wolltet, ich hab's. Ja. Ja. Es waren nur zwei Minuten statt 30. Weil ich hab deinen Weg nochmal kurz verbessert. Ach so. So, Maudado, jump. Ja. Er schafft's. Oh. Was macht denn Predator? Oh. Benzinsparen. Lässt du dich fahren? Ja. Umweltschonend. Wie ein Zug in die Zukunft? Ja. Ja. Hey, Maudado, nein! Maudado. Er schafft's. Er schafft's. Nicht das grüne Auto berühren, das ist umwerfen. Warum bist du nicht runtergefallen? Ich bin unsterblich. Mann, ich will mitmachen. Darf ich zu Maudado? Vielleicht wenn du F drückst, abrückst. Man kommt ja durch, wenn du so ein bisschen... Oh. Tschüss. Hi. Oh ja. Alter, ich hab's. Wohin laufen wir, Maudado? Ja, in den Urlaub. Ach so. Schon wieder. Okay. Wo machen wir den Urlaub? Nach Corona? In Acapulco. Das gibt's gar nicht, das ist eine Lüge. Nö. Palladaro redet ständig davon. Palladaro hat jahrhunderte lang seine Zuschauer angelogen. Acapulco gibt's gar nicht. Acapulco gibt's. Bist du Stress oder was? Ich glaub, der sucht Stress. Nee, ich wollt nach Acapulco und ich bin jetzt ultra enttäuscht. Ich find's einfach nicht. Ja, Acapulco gibt's auch nicht. Aber Acapulco, kann ich da... Ja. Nein! Hä? Was? Ach Gott. Oh, ein Pallad ist immer über mich drüber. Oh, der Zug ist direkt vor mir. Alles gut. Ich komm, ich bin sofort wieder da, Leute. Sofort. Hui. Oh Gott. Nein, ich hab einen Unfall. Einfach wieder einsteigen. Alles gut. Und nicht da... Nein, das ist deine Chance. Palladoooo! Oh, ich seh die fliegen. Nein! So close. Ja, anscheinend sitzt du auf dem Beifahrer. Ja, man kann wechseln, wenn man das alleine fährt. Oh, ich schaff das. Ich schaff das für dich, Pallad, für dich. Ja, ich mach das auch. Oh, warte. Da kommt's. Da kommt's. Da geht's. Ich seh's. Ich seh's vor mir. Ich seh's vor mir. Wow! Wow! Oh, schade. Jetzt sah er cool aus. Palladoooo! Da, er kommt. Er hat's fast geschafft. Schnell hier oben drüber. Hey, guten Tag, Polizei. Die fällt in mich rein. Ich krieg die Bohlen. Alles klar. Ich denke, wir können den Wagen wechseln. Soll ich's probieren oder lieber nicht? Was wechseln? Warte, wenn ihr was probiert. Ich will sehen. Okay, mach. Was soll man, du fahrst? Ja, er will einen Wagen weiter vorfahren. Let's go, Maudado. Ein Wagen vor. Ja, ich schaff das. Ja. Oh, was? Oh, nein. Ja, so ist auch gut, oder? Ja, okay. Nee, nee, nee. Noch weiter. Okay, warte, ich setz um. Oh, ja. Oh, oh, oh. Oh, oh, ja. Oh, oh. Ja, na links. Wie sind wir noch drauf? Wie sind wir noch drauf? Wie sind wir noch... Okay. Oh, schade. Ich fahr mal vor. Und dann geh ich hier hin. Das sieht gut aus. Wirklich sehr gut aus. Und ich hab einen Unfall. Alles klar. Weil ich mit zwei Kammer gegen den Busch fahre. Jetzt. Nein, warum ist denn da was? Ach, Mann. Mann. Mein Auto ist einfach zu langsam. Ja, ich bin einfach zu blöd. Nice. Jetzt, ich hab's. Ich bin der Beste. Du hattest recht. Sehr gut, Mägel. Bist du immer noch die Sägen dran? Ja. Mach ich nachher für die weg. Ganz bestimmt. Oh. Kommt ihr? Aledo. Oh, ja. Fast in meinem Gesicht. Schade. Komm, Palette. Alter, deine Reifen. Ne, mein Auto. Ich hab das war mal ein SUV. Der lässt sich kaum noch steuern. Alter, was ist da links los? Hä? Jo. Da kommen die ganzen Fans. Ja, Palette. Palette, ich seh dich. Warte, ich film mal einen Stunt. Ich bin zu kaputt. Ne, ne. Guck dir, meine beiden Reifen sind vorne. Ja, ich seh es. Einfach in die Mitte gerichtet. Aber ich kann man nicht. Ich kann man nicht. Ja. Oh, das war's. De, 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 de. De, de, de. Als ob da jemand einfach drüber fährt. Aber noch, noch ist hier die Schräge. Äh, aber ich bin halt zu langsam. Das ist das Problem. Warte. Ja. Das geht, das geht, das geht nicht. Guck. Ich film's, geht mein Gesicht. Wow. Nein. Ich hab einfach Angst, dass ich nicht... Ey, das war so knapp. Und jetzt der Panzer. Komm schon. Wee, nee, ich bin zu langsam. Ich bin angeschossen. Hilfe. Warte, nein. Oh, Mann. Da vorne beim begrautigen Fleck. Schlägt er sich. Wee. Oh Gott. Ja, du hast es geschafft. Warte, nicht nach hinten fahren. Ich sterbe. Ich hab nur noch... Ich hab ganz viel nicht leben. Ja, bleib so. Perfekt. Ich kann nicht mal laden. Die Polizei, ihr müsst die Polizei oben umbringen, bitte. Ja, ja, ich steig aus. Kein Ding. Tschüss, Mauder. Dafür hast du nach 10 Minuten versucht, hochzukommen. Ja. Hast du es? Ja, ich bin drauf. Ja, ich hab grad Pisswasser getrunken. Oh, Mann. Wir sind alle oben. Let's go. Und er fährt wieder runter. Oh, nee. Nee, nee, ich park hier nur ein. Hast du. Aua. Oh, da bin ich fast tot. Boah, hinten dein Wagen. Ja, ja. Warte, ich komm auf euch drauf. Nicht mehr schießen, bitte. Boah, ich war da, du ist runtergefallen. Okay, geht nicht. Da kommt man nicht dran vorbei. Ich esse wieder einen kleinen Snack. Ja. Bisschen in mich reindrücken. Und das war's. Oh, ich hab ein ganzes reingekommen. Oh, dann kann ich jetzt vielleicht drauf. Ja, du fällst um, wenn du drauf gehst. Ist egal. Du bist schon umgefallen. Äh, äh, ist mir egal. Was ist denn los? Weil er immer noch in Bewegung ist. Der will das nicht. Nein, wa... Oh, nein. Oh, nein. Fahr nach vorne. Fahr bitte nach vorne. Ich bin auf dem Beifahrersitz. Ich kann grad nicht fahren. Äh, äh, äh. Manu? 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 Nein. Das hat mich erneut umgebracht. Und auch da, du fährst hinten in den Polizeiwagen. Äh, 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 äh. Okay. Dann bewerte den Part. Schaut in die Videobeschreibung. Da sind alle verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Bis dann.